was geht ab meine freund und herzlich willkommen zurück zu beziehungsweise nach hell a into the dead island es geht hier weiter letzte folge haben wir michael gerettet felsnotiz beziehungsweise ja das komische solchen monster da getötet so was ist das in der filschschlüssel leute es gibt ein backup für das ganze scheiß system ich gehe runter in die operation zentrale und versuche alles wieder zum laufen zu bringen wenn die army noch mal aufkreuzen sollte ich habe den torschlüssel für verknüpfte quest quest in der filschschlüssel es fehlt darin elektrostern dann würde ich die noch mal da rein tun hier ok wechseln hydrationsgehe ja hier ich muss also sowieso da rein now what do we have here oh metall metal kit dauerstoff und ein ventilrad na klar woanders hätte ich mein ventil auch nicht erwartet so den ekelhaften schleim da weg machen davon haben wir neben dir schon genug gehabt nicht wahr letzte folge so du liebes bleibst bitte tot ja bleibst du liebes bleibst bitte tot ja na hier oh kollega was ist denn deine version ach guck mal die sterben weil die durch das gas gift gas dagegen idioten so hier ein bisschen wasser hmmm der wollte schon sagen kommt jetzt hier hoch aber klar das kriegst du auch mal ins gesicht gedrückt ja 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 bitte beruhigen sie sich bitte bitte beruhigen sie sich so ja 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 es kommt sofort die leferung kommt sofort hier ein leferung blitz naja kanal ha 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 wir mal lieber da raus. Dem geht's gar nicht gut. Ich kriege jetzt aber keinen elektrischen Schock, oder? Schlagstock. Kein Platz. Wo ist I? Wo ist I? Ah ja. Äh. So ein Hammer ist auch schon schön, ne? Aber der macht leider nicht gerade so gar... Mein Gott, der macht gerade nicht ganz so viel Damage, also kommt der Hammer weg. Ähm. Regierung, okay. This caustic slime. Why is it in the pipes? Where is it coming from? Das ist meine ausgezeichnete Frage. Kommt da nicht mehr hoch, ne? Fuck. Ja, aber... Da hab ich da unten ein paar Strom drin, aber da bringt mir auch nichts. Vielleicht brauch ich die Sicherung da hinten irgendwo. Und euch hat auch keiner hier was drummeln lassen, oder? Oh. Ah, fuck. Hm. Komm ich da durch, ohne zu sterben? Ich hab irgendwie Angst. Da hinten ist eine ganze Menge grüner Schleim. Oh. Oh. Oh, okay, doch. Geht. Vielleicht brauch ich die hier. Phil went down to filtration. Ah. Oh, oh. Der Angst hat mir da ins Gesicht. Hey. Phil? Hier, ne Wasserlieferung. Oh. Ne Sicherung platzieren. Ja, rein damit. Aha. Nett. 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 Bowie-Knife. Das sieht sehr gut aus. Ja, auch wenn das... Also, das könnte teurer sein, ne? Zum Verkaufen. Egal. Machen wir mal kaputt. Scheiß auf. So, her damit. Hier hinter ist nichts Geheimes versteckt. Nope. Danke, Mr. Feuerbemmern. Wasserhebel. Hier mal anmachen. Weg mit dir. So. Hallo, du dickes Ding. Mach Platz. Ah, aua. Weg mit den Beinen. Die brauchst du ja nicht mehr, ne? Guck mal her. Hahaha. Hm. Left side or right side. Ja, dat ist ne verdammt gute Frage. Wir gehen erstmal links. Lockdown. Perfekt. Natürlich abgeschlossen. Dann machen wir hier mal das Wasser hoch. Einer von euch, Phil. Tofälligerweise. A bit of simple math. Some knob twiddling. Match the required pressure. I guess. Oh fuck. What the fuck happened here? Oh, alles mit den Blitzen. Oh, 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 oh. Wait, what? Musst du quasi auf 20 kommen, oder wie? 50, hm? 70? 50, okay. So, und jetzt plus 50, oder wie? Mathe Main, mein Freund. So, hier mal den Wasserspiegel hochdrehen. So. Vorbei an der Seuche. Ähm. Aua. Oh shit, kommt hier raus. Aua, aua, aua. Oh, mach dich mal weg, du Pfeife. Ah, er ist Phil. Phil ist tot. Hey, du. Mach dich weg, du. Dickes Ding. In den Rohren. Leute, benutzt auf keinen Fall die Note in der Regelung. Dieser Schleim, der aus dem Hauptklärtank hochgedrückt wird, ist Ätzen. Meinen Arm hat es ganz schön erwischt. Ich bekomme Medikamente, dann müssen wir den Druck wieder erhöhen, sonst wird alles von dem Zeug verseucht. Phil. Oh, wie du aussiehst. Ihhh. Mach dich weg. Ja, genau. Brandwood Mülltonne. Schlüssel zur Brandwood irgendwas gedöhnt. Er ist vorig. Ayu. Goddammit, fucking nuts, Alter. Okay, wie komme ich jetzt hier? Ohne Damage wird das wohl nichts, ne? Aua. Ich bin vergiftet. So, nochmal ein paar Drogen reinhauen. Vorsicht, das ist besser als Nachsicht. Das Medikamente hier mitnehmen. Ich wusste hier mal irgendwo eins. Da würde ich verjähren. So. Danke Phil für deine Karte, mein Freund. Und? Oh. Ohohoho. 193. Nette Axt, aber tschüss Axt. So, was kann ich denn da an den Hammer dran klatschen? Das würde ich gerne mal wissen. Wo ist denn hier F2-Abwärtser? Säure. Ja, komm. Ein Säurehammer. Wer braucht... So was braucht man einfach zu Hause, ne? Erhöht den Schaden durch kritische Treffer verringert. Darüber den Standardschaden. Ah, komm. Ist okay. Hey, wo ist der Hammer? Ja. So muss ne Waffe aussehen. Okay Sam. Hoodoo, je voodoo, bitch. Hier ist ein Safe. Irgendwo. Na, was haben wir hier? Den Kopf hier. Oh, jetzt hat die ein Glück. Oder auch nicht. Da muss ich kurz Katze rein. Der hat immer ein Talent dafür. Immer wenn ich aufnehme, muss er reinkommen. Echt das hier runterdrücken? Oh. What the fuck? Wie ist das passiert? Ich hab nur dagegen getreten. Ja, genau. What the hell is going on there? Guten Tag, der Herr. Einmal die Steuern, bitte. Finanzamt. Ah, nett hier. Ah, platz. Oh. Oh. Yo. Boys, was geht? Zumbusters assemble. Ronnie says this place is packed with guns. Get to busting this Gato. Sorry. Maybe this wasn't such a good idea. Stand the fuck back. It's hammer time. Open Sesson! Oh, big fuckers. Ich hab das. Ich hab die Schäufe. Er hat es. Wer hat das? Nicky Gut. Big Gamehunter auf Kabel. Ich habe eine Snow Leopard gesehen. Wow, das ist Niche. Fake Snow, auch. Locked. Hallo. Hier ist sie. Nicht so heiß heute, Nicky. Hey, bitch. Still thinking to good... ...we're going to get up. Ah. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Fuckin' scream, ich hab's gesagt, oh! Ah, ich schnauze hier! Holy! Fuckin' Oh! Ah! Stirb, du elendest Mitstirke! Ah! Komm her! Gib dich am Spieß! Oh shit! Let's get this done! We are standing you, my guy! We are standing you! Fuckin' Ronnie! Holy Jesus, bro! Oh, Ronnie. You were red shirt material from the star, old lad. Oh! Was ne fucking kranke Bitch! Yo, Sam! Warum zum Teufel muss ich hier mit dem Amateur rumlaufen? Ah, verschlossen natürlich. Das Schala rote Penthouse. Ah, ja. Wann haben wir hier noch so drin? Erstmal hier so durchlooten, bevor ich... Oh, God! Damn! Wieso kann ich die nicht öffnen, die Box da? Nickys Kopfgeldbelohnung? Heute Schlüssel dafür erforderlich. Ah, ja. So ein Hass habe ich auf Niki jetzt. Zerstöre ich erstmal ihre Dusche. Und ihre Vase. Schrott. Scharfkantiges. Scharfkantiges. Das ist mir. Das ist mir. Das ist mir. Was hast du gefunden? Booyah! Gott, fucking, damn! Ronnie hat Nachmittag mit Jesus genommen genommen. Shit! Es ist nicht dein Vater, okay? Die Leute, die nicht wie uns sind, werden sie hier nicht verlassen. Ich habe ihm gesagt, dass er der große Fixer zu sein wollte. Ich kann nicht so lange, dass ich ihn hier so lange nicht verlassen habe. Schau mal eine Schlüssel und wir gehen zurück zu Emma. Ich glaube, ich muss erst mal Platz in den Wetter schaffen. Hier, der Knüppel kann weg. Recycling. Die Arme sind fair, wenn die Intent, die zu behörden, ist einfach. Schau mal hier. Den Baisy Wizard, den ich nicht geboren kann, rein damit. Ja, ja. Ähm. Zombieschwert. Taktisches Schwert. Die Spalt-Axt. Ja, rein damit. Ja, du doch da rein! Jagdmesser. Bowie-Knife. Die Axt kann auch da rein. Und der Schwert auch. Und der Feuer-Baisy auch. Ein paar Sachen kann man hinterher auch noch verkaufen bei dem einen, ne? Ja. Ja. Wie würdest du mich jetzt, Zomb-Fuck? Ja. 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 Och nie. Ochi-Doc-i. Hup, hup, hup Watch and drop Stimmt ihr verfickten Zombies Waren das etwa schon alle? Au, shit, da kommen mehr Gah, damn Fuck Fuck Du bleib mal schön tot, hier Untoten Motherfucker Oh, ich hab keine Amo mehr Das gibt es auch nicht für mich Ronny hat fucking left the fucking building Bless his fucking soul Oh, shit, man Come on, J, use the sights Zoom, man, Zoom Die Waffe ist weg, what the fuck Nicht weg Kannst du nur nicht auswählen Oh Schneller, Alter Oh, Munition Oh, noch mehr Munition, let's go Hey, hey, having fun Hey, you might be surprised We'll see you there Okay Darf ich davon auch so'n Revolver haben? Guck mal, der nimmt Waffen Die verschwinden gar nicht Der hat sich jetzt schon zweimal aufgehoben Will das auch Oh, nein, no Sorry, Ronny Rudi, Ronny Rudi, Ronny Oh, Regierung Ist immer gut Ist hier noch was? Vielleicht ein versteckter Schlüssel oder so? Nope Ja Hast du alle den Vasen? Ja, genau Ein Stahlrohr färb Gießt euch Oh, Munition Sehr gut Äh Hm Kelle hat die nicht, ne? Ne Kehre zu Emmas Anwesen zurück Schreier-Hotspot Verstehe Geldkasten Kotzbrocken Ne Boah, jetzt kommen hier voll die Zombiearten dazu Was? Da ist noch ne Workbench Was ist das denn da? Ist das nur ein Auto? Ja, ist nur ein Auto Okay Ey, wo kommt er denn her? Guck mal Ruhe hier Ja, Meer hat ausgedient Ah, weil du stehst hier draußen Schick schön, ey Aber wie komme ich denn hier aus der Bude raus? Hey EJ Well, pack your bags I'll be back as soon as We are out of here Thanks, Mom Ja, und das ist einfach voll dies von der Zombie Ha Zack Oh, hier ist nichts mehr mit Händen, mein Freund Was machst du jetzt, hä? Aua Ende auf die Pimmel Oh, Beine ab Hier, fang Oh, shit Was ist los? Hier Guck dir ihn an Das leuchtet, was ist das? Was leuchtet da in deiner Gerade? Au Oh, fuck Oh, spiel gesehen, dass das ein Schreier ist Oh Bowie knife des Blutwusters Was ist das? Hä? Was ist los? Ich habe hier nur die Unterhose raus Was ist denn jetzt los? Oh, mein Freund Zack Da guckt dir das Auge raus, hä? Mach kein Auge, Junge Mach Fein Auge So, leere Fährerkennenslot Der Verlust ist dein Gewinn Verstimmle ein Zombie, um den Boost für die Angriffsgeschwindigkeit zu erhalten Nämlich Milk Avocado Eggs On the first is our anniversary Oh, ein Energiegetränk Nett Hier auch hier Oh, oh, oh Loot, 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 loot Loot, loot, loot Da war doch eben noch eine Kiste, ne? Ach, ein Lederkoffer Was war das hier? Bargeld Ein paar Monäten Die Monäten für die Knacker Geben wir mal die Monäten mit, Junge Komm, lassen wir die Monäten rüberwachsen Mhm